Bereits im letzten Jahr hat Geberit das Geberit AquaClean CELA Modell in den Markt gebracht. Ein Dusch-WC, das durch ein neues Design glänzt und über verschiedene Funktionen verfügt, wie zum Beispiel einen verstellbaren Duscharm und den verstellbaren Druck. In 2014 haben wir das Sortiment ergänzt, um eine bodenstehende Variante, um auch die Möglichkeit zu bieten, beispielsweise in der Renovation oder wenn wir den Abfluss nach unten oder in die Wand haben, da auch eine Möglichkeit zu bieten.